Sein Auge! Warum nehmt ihr eigentlich sein Auge? Keine Ahnung, Raum für die Schisten. Die Knarre! Die Knarre im Schrank! Autsch! Knarre im Schrank, Knarre im Schrank, Knarre im Schrank! Knarre im Schrank kann ja noch etwas warten, der ist schon unter Handsome Jack Peele ausgewählt. Oh ne Toilette, die brauch ich jetzt! Ne, das fang ich nicht wieder an. Rick hat halt Blähungen bei der Aufnahme. Oh, oh! Ich kann lesen! Und dieses Spiel jetzt! Oh mein Gott! Geh in die Toilette! Nein, hier auch! Das Schöne ist ja, du siehst ja diese Zeitschriften auf dem Schrank hier, wo ich stehe. Ne? Irgendwann sind die Gipser auch in Borderlands 1 in dem Gefängnis der Crimson Lands, wo die alte Fiener hier eingesperrt haben. Aber die Theorie habe ich noch nichts in Daniel geäußert. Wir müssen ja in jeder Insass des Gefängnisses schwulen. Könnte es sein, dass diese Vorzeitschriften bei der Fiener gehört haben? Ist sicher. Ich nehme mal die... nein, ich will Geld. Und allein die ganzen Klappflips hier im Wettel. Hier habe ich mit Daniel auch mal die Vermutung geäußert, dass... Ja. Ganz andere Frage, was ist eigentlich von den Waffen her, was ist eigentlich die Spezialität? Also wie jetzt zum Beispiel Brick, der Shotgun-Typ ist und so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, meine Serien ist eigentlich so, ist ein W-Typ, aber ihr könnt neben ihr einfach die Waffen die ich leben will. Und Krieg? Krieg ist Krieg, Trauschlang fertig. Also wie Brick eigentlich. Ja. Ich will doch das. Okay. Ich frage mich, ob jetzt die ganzen Klappflips hier von der Roboluzikon aus dem ersten Teil sind. Und ob Klapplip, die noch irgendwie bei sich gesammelt hat. Weil ich meine, wir wissen ja, es ist ja derselbe wie aus Teil 1 in dem Pre-Sequel. Äh... 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 Fresse! Man! Wenn ich seine Stimme höre, kriege ich ein richtiges Verlangen, eben weil meine Fäusten zusammenzuschlagen. Im echten Leben. Herr Klapp, der 5-6-7-Persönlich. Das ist Seiner zu sagen, dass er dich lief hat. Ich hab dich nicht lieb. ich bin zu dumm ich bin zu dumm zum sprechen spannend robo lady es wird erst mal diese stelle wollen in flüten glüten glüten waffen gilt moni 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 mehr geld mehr geld das vergesse ich immer du hast auch nur eine waffe oder ich weiß wieder wie es geht ich habe die steuerung langsam wieder drin für die krimson lans würde ich damals ja genau für ansem jack das ist die wahre story wir gehen jetzt noch sanctuary infiltrierende töten alle ganz besonders glüte und ja ja er hat nur eine krankheit die auch ich stecke ich stecke fest wir sind nicht mehr das hier hinten bin ich fest mit festgestellt es gibt es nicht mehr egal Ja, was wir können hier? Nur mehr. Da habe ich mal noch. Hier haben sie den Fallschirm wieder rausgenommen. Warum war der Teil 1 überhaupt fein? Er hat sich überhaupt nicht aufgenommen. Er war einfach da, um da zu sehen. Ich kann nicht zielen. Oh, ich hole mir. Ich hole mir. Ich hole mir. Ähm, für Brick mit selben Gleisstratter. Brick? Das hat Brick gesagt. Brick, aber alle sind doch eher nicht die gleichen. Ja, okay, das stimmt. Äh, Gesundheit. Lass mir vielleicht einen Claptop doch eine Weile da drin stecken. Ja, ist doch so schön hier in der Gegend. Oh, Claptraps sind starke, edle, gerechte, unfählige Geräte. Der kommt selbst daraus. Was in den meisten Fällen noch stimmt. Aber im Moment bräuchte ich Hilfe. Und wenn du mir nicht hilfst, muss ich schweres Geschwitz aufhaben. Ich werde dich mit Schweigen schrafen. Mal sehen, wie du das gefällt. Boah, dann halt mal die Klappe, wenn du mich anschweigen willst. Ja, das ist eigentlich dieses Halterkreisen zu tauschen. Hä? Das ist auch ein Problem. Halterkreisen zu tauschen. Hm, hat immer noch nie gemacht. Nein. Na gut, dann wurde mal ein Claptop groß. Na, komm raus. Nein, habe ich gesagt. Geh ihm dir was zu bei. Und alle Freunde, weiter. Ja, wieder mal. Hey, kiddo. Jax hier, Präsident für heute. Ah. Will dir erklärt, dass du dich nicht mehr so weitestellt hast. Ich vermisse meine Spezialfähigkeit von Brick. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett. Oh, wenn du so nett sagst, dann bringe ich mich um. Das ist die Wäsche in einem Free-Sequel-Leaks, ja. Tsch. Oh, mein Auge ist wieder an. Ich sehe einen taffen Untertan und einen unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Das wird wehtun. Der hat irgendwie so einen ähnlichen, äh, brrrrbrrrrbrrrrbrrrrbrrrrbrrrrbrrrrschrei wie, äh, wie die Höhlen-Trolle aus Herr der Ringe. Finde ich. Wo bist du? Wo bist du? Bist du, bewegt dich nicht, bewegt dich nicht, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, bewegt dich nicht. Okay, klar. Kleider, Mr. Nackenwege, ich will Ihnen mal was sagen. Nimm mal die Stücke dritten ab, heißt es nicht, dass die Steine und Kugeln sich entziehen, ja? Bist du? Hallo. Jetzt kommt seine... Ja, jetzt kommt seine... Klatsch. Warte, mal die Klatsche finde ich, ja wunderbar. Darf ich mal fragen, warum habe ich überhaupt einen Buffing-Grease? Höh, frag mich nicht. Kreek ist die, Waffe. 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 Schock-Dingern, wenn man einfach nix mehr sieht, weil überall nur da Bricks Schockfäuste umherfliegen. Du hast das Auge echt nicht. Ach du hast das Müll eingesetzt. Du bist noch nicht rausgeflogen. Ich bin stolz. Naja, ich bin mir bis zum zweiten nicht zu viel. Und dann und ich hoffe, meinst du das P... Ja und ich hab das Kakel-Internet. Der P-Pick ist oft. Sorry. Jetzt ist mir rausgerutscht. Das passiert immer wieder mal. Jetzt kann man dich mobben. Jetzt hat Hyperion dein Bild gespeichert. Ach da, das war eigentlich schon beim Bosskampf die ganzen Jackpots abgeliebt. Warte, ich mach das. Du machst mir Angst, Roboter Lady. Dankeschön. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Venturary. Nimm dir alles mit, was du für die Hause brauchst. Was ist das passieren? Du musst doch keine Angst vor der Kleinen haben. Siehst du, sie hat gelächelt. Sie ist ganz nett. Sie ist wie ein Samuskalt, das man nur pflegen muss. Er wächst und gedeiht sie. Darf ich die Shotgun haben oder es hat nur einen Shotgun? Ich hab weiter vorne meine Pistole gefunden, der bessere. Oh nee, die hat gerade mal einen Schuss pro Magazin. Egal, kannst du behalten. Ich skille je, ob keine bestimmte Waffen hat. Es gibt noch mehr Waffen. Ganz viel. Ein paar, ein paar. Gazillionen, wie ich das immer gesagt hab. Bazillionen. 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 Der hat einen Finger. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Wir gehen in deinem Tempo. Wir zweifellos, das Hütte dieser Opulation. Ja, das, das Hirnfresse jetzt. Wir fangen. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Treppe. Du. Könnte mal schauen, ob es aufhängt. Es ist scheiße. Was das Hütte ist, wirst du bei Zeiten hier aufhängt. Das Hütte ist Elan. Bitte nehm auf, bitte nehm auf, bitte nehm auf, bitte nehm auf. Nein, es nimmt auf. Es nimmt auf. Auch schon 29 Minuten. Naja, bei BI Cliprap haben wir noch keine. Also stimmt, jetzt haben wir nichts. Jetzt sind wir erst ein. Ich kriege eigentlich schon, sagen wir mal. Auf dem Cliprap haben wir noch keine Auge. Na ja. So. so er ist hilf das für ein komischer name nein ich bin mir ziemlich ist man so er ist mehrfaches nur ein bisschen feines fritz abwählen der effektivität klicken merken also ich ich stube ich will ich will so ganz drücken können das ist doch mal hoch ich bin nicht richtig untergesprungen so nochmal diesmal besser ich bin die shotgun ich war nicht immer noch ob der irgendwas mit baron flinders borderlands ein zu tun hat wir haben die Kinder ausgegangen sind und der Mann schild sie sind was ich habe mir gerade ein Schild ein gesammelt ab Level 3 6 Hader und 6 mit sich Kapazität und Ladegeschwindigkeit 2 50 Ladeverzugs Was hab ich da? Pistole. Echt, mal mitnehmen. Der Schild hab ich noch keins, aber... Es kommt noch. Ich bin mal gespannt, wie der Facewalker in Fels 2 mit Meyer aussieht. Ich kenn Meyer irgendwie gar nicht. Ihr könnt auch nur durch den Kurzfilm. Aber es ist ja auch ganz anderes System eigentlich. Lilith entweg. Ja, das ist auch die kleine Vengebütz, die wir irgendwann umbringen müssen, hoffentlich. Ja, aber ich hab jetzt zu Daniel gesagt, irgendwann... Angegenommens mit dir irgendwie von irgendeinem Borderlands ist ja was passiert. Dann rennen wir wirklich alle nur rein. Und es waren die ganze Zeit nichts anderes außer... Für Jack. Für Jack. Für Jack. Für Atlas. Für die Grims um Land. Wie auch immer. Du kannst doch Russisch, oder? Oder halt Russisch-Aktien. Also mach mal. Ich seh nix! Ah, mir wird dir schön an, liebe kleinen Biers. Wir machen dir doch. Das ist bei meinen Kiel geklaut. Das ist nicht lustig! Neeeeh... 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 Neeeh... Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Berausung, dann stelle ich Claptrap's Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Das ist aber nett. Bleib bitte zurück, Hammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Nein. Heil mich. Ich wollte dir erstes sein. Ich komme gleich raus. Freut mich, dich kennen zu lernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammer. Living Legend. Stets zu Diensten. Alles ist Blut. Ich glaube, die Crimson Raiders könnten ein... Crimson Lance! falsche alarm tut mir leid nein das ist gerade meinen extrem guten planen versaut ich wollte auf die Hand kacken dann sehen wir mal wie wir zwei gewissene Liegen sind das hier mit dem hier verbinden und das war's auch schon haha ich lebe oh ne er spricht wieder untertan ich habe meinen Augenblick wieder und du bist zeitlässlicher als ich dich lebe danke danke im Sonja ich bin auch sexy schau dir mal das Ding hier an